Kampf um die Tag-Team-Titel in Hamburg, in der Markthalle, für unseren Leuten, für unsere Familie, für unseren Freunden. Der Abend, es wagt sich halt nicht. Das ist der Wahnsinn. Das ist für Dieter Junior vor den Augen seines Vaters. Ganz genau. Dropkick! Der Riechenfuss! Gib nicht auf Axel, gib nicht auf das Publikum, schreit! Robert Reisgaard, weg, weg, Walter! Nein, 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 nein. Oh, sieht den Reisgaard an! Das war's, kommt schon jetzt! Eins, zwei, drei! Au! Das ist krank! Neuer BXB Champions! Mein Vater ist extra aus Hannover angereist, hat mir das Mikrofon weggenommen, hat es mir gesagt. Mein Jubel, ich bin so stolz auf dich. Du hast das Zeug, ein ganz großer zu werden, bin ich sicher. Und das war für mich echt so der allerstolzeste Moment überhaupt, dass mein Vater das gesagt hat zu mir. Das war's. Ja. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020